Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es darum, wie du die passende Freundin, Partnerin, Frau für dein Leben findest, worauf du achten solltest, was wichtig ist und was vielleicht gedacht wird, dass er wichtig ist, aber unter Umständen gar nicht so entscheidend ist. Viel Spaß beim Video. Willkommen zurück. Es gibt so ein paar Dinge, die werden uns immer wieder gesagt, das wäre wichtig oder wir kriegen so in den Medien mit, das wäre wichtig, vielleicht in der Gesellschaft wird uns das mitgegeben, aber manche Dinge zählen eigentlich weniger und manche andere sind wichtiger. Viele Männer entscheiden nach dem Prinzip, okay, erster Schritt, ist sie heiß, gefällt sie mir optisch. Das macht natürlich Sinn, weil sie muss dir optisch gefallen, sonst hast du immer das Gefühl, okay, ich könnte irgendwie eine bessere Frau finden oder hey, die gefällt mir viel mehr, wieso bin ich mit der zusammen. Dass sie optisch zu dir passt oder dass sie die Optik erstmal gefällt, ist natürlich ein wichtiger Faktor. Dann gibt es aber auch dieses Kriterium, man muss Schmetterlinge im Bauch haben, es muss kribbeln, es muss eine extreme Anziehung da sein und man muss sehr verliebt sein und sich sehr verliebt fühlen oder sowas wie, man muss gleiche Hobbys haben, man muss gleiche Sachen gerne machen und so weiter. All diese Sachen sind natürlich hilfreich, aber sie sind alle nicht notwendig und lassen eine andere Sache außen vor, die viel wichtiger ist, die man immer im Blick haben sollte, wenn man sich mit irgendwelchen Leuten zusammentut für irgendetwas. Das gilt jetzt also nicht nur für, du suchst eine Freundin, eine Partnerin, sondern gilt natürlich auch für beispielsweise, du suchst einen Businesspartner, einen Partner für dein Geschäft. Da würde das Gleiche darauf anwendbar sein. Freunde kann man ebenfalls nach dem gleichen Schema aussuchen, wobei da auch andere Faktoren mitspielen können. Denn es kann ja auch sein, dass du einen Kumpel hast, mit dem du einfach nur Spaß hast, wenn du mit mir zusammen bist, aber darüber hinaus nicht viel weiteres. Wenn du jetzt einfach mit jemandem ein Business machst oder eine Familie gründest mit einer Frau, dann ist es natürlich ein weitaus größeres, ich sag mal, Gebilde, das deutlich klüger und vorsichtiger gestaltet werden will. Die wichtige Sache oder die wichtigste Sache, die du beobachten solltest und über die du dir natürlich erstmal selbst klar werden musst, ist, habe ich und die Frau, mit der ich da zusammenkommen will, haben wir die gleichen Ziele? Wollen wir in das gleiche Ziel kommen, den gleichen Weg gehen? Das ist das Wichtige. Beziehungsweise würde sie den Weg, den ich gehe, mitgehen wollen? Kann ich meinen Weg mit dieser Frau gehen und es passt für sie auch? Denn es ist immer ganz cool, wenn du deinen Weg gehen kannst und die Frau begleitet dich auf deinem Weg, du nimmst sie auf deinem Weg als Begleiterin mit. Das setzt natürlich aber voraus, dass ihr ungefähr am gleichen Ziel ankommen wollt, weil ansonsten gehst du in irgendeine Richtung, sie kommt vielleicht anfänglich mit, merkt dann, wo du hingehen willst und merkt, ah, ich will vielleicht in eine ganz andere Richtung. Beispiel, du bist in einer offenen Beziehung und gehst mit ihr in diese Richtung offene Beziehung, mehr Erfahrungen machen, mehr Spaß machen, mehr Spaß haben und alles erleben, was in dieser Richtung erlebbar ist und sie geht am Anfang mit dir mit, weil sie sich denkt, hey, cooler Typ, ich stehe voll auf den, so war das am Anfang bei mir. Du merkst aber auf Dauer, sie will eigentlich in eine andere Richtung, nämlich in die feste Beziehungsrichtung. Dann hat die einfach ganz unterschiedliche Ziele und das wird irgendwann zu Reibungspunkten führen, die, naja, auch zum Teil unüberwindbar sind. Kannst du dir an dem Geschäftsbeispiel auch vorstellen, wenn jetzt das Ziel deines Geschäftspartners ist, ein Non-Profit-Unternehmen aufzubauen, das die Welt verändert und dein Ziel ist es, ein Profit-Unternehmen aufzubauen, das mehr Geld verdient als Amazon, dann ist natürlich klar, dass ihr irgendwie nicht so ganz zueinander passt. Ihr habt einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen, wollt ganz an unterschiedliche Dinge oder wollt unterschiedliche Wege gehen. Und wenn ihr oder wenn du und die Frau, die dich jetzt interessiert oder die Frau, die du vielleicht als Partnerin wählen willst oder Frau vielleicht auch, wenn ihr gleiche Ziele habt, am gleichen Punkt ankommen wollt, dann ist es relativ egal, dann müsst ihr nicht gleiche Interessen haben oder gleiche Meinungen bei allem oder gleiche Hobbys. Das ist dann gar nicht mehr so wichtig. Natürlich ist das schön, wenn man auch was zusammen machen kann, aber das Wichtigste ist, dass man irgendwo ein gleiches Ziel hat. Denn das vereint ungemein und sorgt halt dafür, dass alles, was man im Leben macht, auch wenn es vielleicht unterschiedlich ist, am Ende des Tages aufs gleiche Ziel zusammenläuft. Wenn ihr beide zum Beispiel das Ziel habt, eine Familie zu gründen, dann kann es sein, dass du das Hobby hast und sie hat das Hobby, das Interesse hast du, sie hat das Interesse und die liegen auseinander. Aber es ist egal, weil am Ende tragen all diese Sachen in deinem Leben sowie in ihrem Leben dazu bei, dass ihr zum gleichen Punkt kommt. Und das ist das wirklich Wichtige. Wenn du jetzt ein bisschen jünger bist, dann ist das alles noch nicht so relevant. Ich habe jetzt einen neuen Coaching-Teilnehmer, der auch noch nicht so viele Beziehungserfahrungen hat und bei dem geht es jetzt erstmal darum, und das kann ich dir als jüngeren Mann auch empfehlen, bei dem geht es erstmal darum, allgemein mal Erfahrungen zu machen, was ist denn eine Beziehung, wie ist denn das so, wie läuft das so, wie ist es allgemein, mit einer Frau enger zusammen zu sein, zusammen zu leben, also nicht zusammen leben im Sinne von mit ihr zusammen wohnen, wenn du jünger bist, aber einfach wie ist es, das zu haben, das erstmal zu erleben. Da musst du noch nicht die ultimative gemeinsame Zielsetzung haben, aber wenn jetzt zum Beispiel dein Ziel ist, hey, ich möchte erstmal eine Beziehung erleben, möchte erstmal Erfahrungen machen und das ist auch ihr Ziel, dann ist das ja schon wunderbar, weil wäre dein Ziel, oh, ich möchte erstmal Erfahrungen machen und ihr Ziel ist, ich möchte direkt heiraten, dann siehst du ja, wie hier schon wieder ein Konflikt irgendwann zwangsläufig entstehen muss. Deswegen in den jüngeren Jahren ist es noch nicht so wichtig, weil es da auch viel darum geht, sich zu entdecken, aber ich kenne zum Beispiel ein paar aus meiner Abiturklasse, die haben, glaube ich, damals schon geheiratet, weil das war einfach deren gemeinsames Ziel und das hat gepasst und die waren die Ersten, die sie kennengelernt haben und dann waren die einfach zusammen und sind es, glaube ich, heute noch. Man kann darüber streiten, wie sinnhaftig das ist, aber man sieht an dieser Stelle, dass das gut zusammenpasst, weil da halt gemeinsame Ziele vorliegen und das ist immer sehr, sehr wichtig. Und viele Männer kommen dann auch in Beziehungen und das ist übrigens das Schlimmste, wenn du in eine Beziehung kommst, aber dir nie Gedanken darüber gemacht hast, ob du überhaupt in eine Beziehung willst oder ob eine Beziehung überhaupt deinem persönlichen Ziel dient, denn es kann ja auch sein, dass du feststellst, hey, Single zu sein und vielleicht mit vielen verschiedenen Frauen was zu haben, würde meinem Ziel persönlich mehr dienen als eine Beziehung. Könntest du ja auch sagen, okay, eine Beziehung dient meinem Ziel mehr, als jetzt die ganze Zeit Single zu sein. Das solltest du für dich erstmal überlegen, denn viele Männer, und das höre ich immer wieder, stolpern in eine Beziehung und kommen dann zu mir und sagen, Tim, irgendwie war ich da in einer Beziehung und ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Und ich denke mir dann immer, wie kann man nicht wissen, wie das passiert ist? Wie wenig kann man sein eigenes Leben planen oder kann man sein eigenes Leben auch in die Hand nehmen, um in eine Beziehung zu stolpern? Ich verstehe konzeptuell nicht ganz, wie das funktioniert so. Und deswegen mach dir vorher einfach klar, was will ich überhaupt und macht das überhaupt Sinn auf meinem jetzigen Weg? Vielleicht stellst du fest, mal als Beispiel, ich möchte jetzt eine Firma aufbauen und meine ganze Zeit soll da reinfließen. Und vielleicht könntest du, weil du dich selbst gut kennst, zu der zum Beschluss kommen, okay, es bringt mir jetzt mehr, wenn ich Single bleibe und vielleicht ab und zu was mit Frauen habe, auf ganz entspannte Art und Weise, um mich zu entspannen, um auch mal so ein bisschen Ruhe zu haben von dem ganzen Firmenaufbau-Kram, aber mehr so als kurze Ablenkung. Ich habe keine Lust, viel Zeit zu investieren in das Ganze. Du könntest aber auch zu dem Ergebnis kommen, okay, ich investiere da gerne ein bisschen mehr Zeit, habe dann aber eine Partnerin an meiner Seite, die mich unterstützt bei dem Firmenaufbau. Also du siehst, beides könnte möglich sein, beides könnte hilfreich sein und du musst für dich herausfinden, was du willst, in welche Richtung du gehen willst. Und dann ist es auch viel einfacher, eine Partnerin zu finden, weil du dann weißt, was du suchst, was zu dir passt und dann kannst du das Ganze viel schneller aussortieren. Das sind Gedanken, die du dir machen solltest, wenn du eine Frau, eine Partnerin suchst. Wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich denn überhaupt zu einer Freundin, wie läuft das Ganze denn überhaupt, das ist ein ganz anderes Thema. Dazu habe ich aber schon mal ein Video gemacht. Erstlegen in der Beschreibung findest du eine Anleitung, wie du eine Freundin bekommst in the first place. Also natürlich solltest du dir diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, vorher mal überlegen, damit das auch alles einen logischen Sinn macht. Also halt Ausschau nach gleichen Zielen. Wollt ihr in die gleiche Richtung oder vielleicht in ganz verschiedene Richtungen. Wenn du mit einer Frau, mit der du dich sehr gut verstehst, wo Anziehung herrscht, in verschiedene Richtungen willst, dann seid ihr vielleicht besser damit bedient, wenn ihr einfach eine Affäre habt, solange wie es passt. Und dann ist es meistens so, bei diesen Affären ist es sowieso meistens, dass sich das irgendwann auf ganz natürliche Weise dann wieder so voneinander entfernt. Und das ist dann meistens der Moment, wo sie in eine andere Richtung geht und du gehst in deine Richtung. Und irgendwann willst du dann wahrscheinlich eine Frau an der Seite haben und ihr geht in eine gemeinsame Richtung. Das ist der wichtigste Faktor, wenn es um den Beziehungsteil geht, wenn es darum geht, eine Partnerin und die richtige Partnerin, Frau, Freundin, was auch immer zu finden. Und ich hoffe, das klärt eure Frage. Geil, dass du dabei warst. Schreibt gerne in die Kommentare und diskutiert gerne in die Kommentare. Ich habe es sehr gefeiert, dass bei einem IKTOW-Video so viele Kommentare da waren. Ich muss auch noch eine gelesen haben, die haben wir gerade nicht alle gelesen. Und das ist natürlich ein sehr kritisches Thema. Ein Thema mit vielen verschiedenen Meinungen, die aufeinandertreffen. Und da ist immer viel Explosionspotenzial. Geil, dass du dabei warst. Übermachung sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unbedingt machen und auf die Glocke drücken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in mir kannst du dich für einen letzten Coaching-Plätze in diesem Jahr bewerben. Wenn du eine Freundin filmen willst, zum Beispiel deinen Erfolg mit Frauen als nächstes Level bringen willst, mit vielen Frauen schlafen willst, bei all diesen Sachen helfe ich dir. Ich habe über 1000 Männern geholfen, über 100 Männern in langen Live-Coachings. Ich habe alles gesehen. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt in diesem Bereich. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das du anschauen solltest, wenn du bis hierhin geschaut hast. Da gibt es weitere Informationen zu diesem Frauen-Flirten-Beziehungsthema. Ganz wichtiges Video. Und wir sehen uns übermorgen. Bis dahin. Ciao.